Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, was soll ich sagen? Die Folge, wir haben hier nach wie vor Ende März 2020 und je nachdem wann du die Folge hörst, musst du mal Google fragen, was da März 2020 los war oder wenn du es aktuell hörst, dann weißt du sowieso, was Sache ist. Und ja, hier März 2020 ist es ja, ist die Sache mit dem Reisen und mit dem Campen, ja, nicht möglich. Das ist so ein bisschen doof. Keiner kommt hier weg, alle würden gerne weg, aber es geht halt einfach nicht. Das heißt aber nicht, dass man überhaupt nichts machen kann für seinen Camper. Im Gegenteil, es ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um ein bisschen was an seinem Wohnwagen oder an seinem Wohnmobil oder an seinem Van rumzuschrauben, zu basteln, zu bauen etc. Warum? Weil wir durch diese ganzen Einschränkungen jetzt halt mehrheitlich oder tendenziell eher die Zeit haben und uns vorbereiten können, wenn dann die Camping-Saison wieder losgeht. Und damit ich euch da nicht so ganz alleine stehen lasse und sage, ja, pass auf, ihr könnt ja irgendwas machen, macht was draus und tschüss, gebe ich noch so ein bisschen was Allgemeines mit, was wir zum Beispiel bei unserem Wohnwagen auch jetzt machen oder halt nicht, weil wir es schon gemacht haben oder einfach so ein paar inspirierende Sachen. Also, Umbauten im Wohnwagen oder am Wohnmobil. Ich zum Beispiel bin auch nach wie vor immer noch dran, an meinem Kleiderschrank Licht, da so eine Beleuchtung einzubauen. Das ist jetzt aber auch einfach der Zeit geschuldet, also, was heißt der Zeit geschuldet, einfach weil ich es nicht eilt, sondern ich das in aller Ruhe machen kann. Und an meinem Kleiderschrank, da sitze ich schon ein paar Wochen dran, weil ich da immer mal wieder so ein bisschen dran rumschraube. Aber hauptsächlich, weil mir da noch nicht so hundertprozentig die ideale Lösung eingefallen ist für das Anbringen dieses Kontaktschalters. Und zwar will ich ja im Kleiderschrank eine Beleuchtung einbauen, die angeht, sobald man die Schranktüre öffnet, weil das immer so stockfinster in diesem Schrank ist. Und man da nichts richtig drinnen sieht. Und wenn man die Türe wieder zumacht, soll das Licht wieder ausgehen. Und das mache ich halt über einen Kontaktschalter. Und damit dieser aber nicht irgendwie irgendwo dann doch im Weg ist und dann reißt man ihn ab oder verbiegt ihn oder was weiß ich, dann geht er kaputt. Und man muss da schon wieder ran, bin ich da noch ein bisschen am Hin und Her überlegen und am Rumtüfteln, die passende Lösung zu finden, damit er möglichst gut versteckt und möglichst sicher, dass man sich nicht weh macht oder dass er kaputt geht. Da angebracht ist, eben muss er Kabel verlegen etc. Auf jeden Fall eben, man sieht, Umbauten im Wohnwagen oder Wohnmobil, das ist jetzt die ideale Zeit, dass man das in aller Ruhe machen kann. Das sei es die Umrüstung auf LED-Beleuchtung oder Anbringung von weiteren LED-Lichtern. Eventuell habt ihr geplant, mal irgendwie die Betten umzubauen. Gerade wenn man zwei Einzelbetten hat und vielleicht noch so einen Rost dazwischen machen will und es das von dem Wohnwagentyp nicht gibt, dann kann man sich jetzt ja selber darüber Gedanken machen. Okay, jetzt habe ich die Zeit und baue so einen Zwischenrost da irgendwie gescheit rein, dass ich die beiden Betten da verbinden kann. Oder vielleicht die Sitzbezüge von den ganzen Polstern neu machen, weil die halt alle schon ein bisschen älter sind. Oder man könnte auch hingehen, die ganzen Schränke neu streichen. Wenn einem die altbackene Farbe nicht mehr gefällt, dann kann man da ja hingehen und überlegen, okay, dann streiche ich die jetzt halt. Oder was ja auch immer wieder so Riesenprojekte sind, einen neuen Linoleum oder einen Teppichboden zurechtschneiden und einbauen. Da muss man sich ja so eine Schablone basteln, damit man den ja möglichst gut zugeschnitten bekommt, damit der da auch passgenau reingeht. Und das ist ja was, ja, das macht man nicht allzu oft. Vor allem, wenn man sich verschneidet, dann ist das doof. Deswegen ist da jetzt für lauter Umbauten am Wohnwagen ist doch jetzt die passende Zeit, weil sonst schiebt man die wieder nur vor sich her. Und wenn man dann losziehen kann, dann fällt es einem wieder ein, Mist, dies und jenes und das wollte ich noch machen. Also die Zeit jetzt nutzen für Umbauten. Noch wichtiger wie Umbauten sind eigentlich Reparaturen. Auch wenn es eine kleine Reparatur ist, was weiß ich, die Seitenbeleuchtung, die man halt mal irgendwo an einem Poller abgefahren hat. Oder hier eine lose Zierleiste, die jetzt aber nicht die Dichtigkeit beeinträchtigt, aber halt einfach so ein bisschen lose ist. All diese Sachen, alles, was man so an kleinen Schönheitsreparaturen sozusagen machen könnte, irgendwann mal, kann man doch am besten jetzt machen. Einfach ein bisschen Dekasil, ein bisschen Zika besorgen und los geht's. Weil nix ist nämlich ärgerlicher, wie wenn dann dieser ganze, ich mach's mal in Anführungsstrichen, Corona-Wahnsinn sein Ende findet und man kann dann wieder losfahren und dann fällt einem ein, verdammt, ich muss das Rücklicht erst noch reparieren. Ich muss die Reihbelege noch wechseln zum Beispiel, das ist auch immer was. Das kann man jetzt ideal machen, der Wohnwagen steht sowieso nur rum. Lauter solche Sachen, das kann man alles, was Reparaturen und Instandhaltung betrifft, kann man jetzt ja auch durchführen. Nächster Punkt, der immer wieder wichtig ist, solange das Gefährt in Gebrauch ist, kann man das so ein bisschen vernachlässigen. Man soll es ja so ein, zwei Mal im Jahr machen. Das Wasser und das Abwassersystem reinigen, weil gerade jetzt, wo wir nicht loskommen, steht das ja nach wie vor für eine unbestimmte Zeit rum. Und da ist doch jetzt die ideale Zeit, ja den Wassertank und die Wasserleitung zu entkalken, zu desinfizieren. Man kann auch die WC-Kassette kann man einmal gründlich durchreinigen und unter den Wohnwagen stellen und offen stehen lassen, dass sie auch mal austrocknet. Die ganzen, von der Spüle, die Abwasserleitung kann man mal richtig durchspülen, vielleicht auch sogar mit einem Rohrreiniger irgendwie durchlaufen lassen oder sonst irgendwas. Also eben gerade, das ist so ein wichtiger Punkt, Wasser- und Abwassersystem, wo wir nicht wissen, wann können wir wieder los, wann geht es wieder los, wann darf man wieder auf Campingplätze. Da ist doch jetzt die ideale Zeit, sich hier, ja das Wassersystem zu reinigen, damit man da, ja damit sich da nicht die nächsten Keime ansammeln, die man dann an der Backe hat im schlimmsten Fall. Das muss ja nicht sein. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Planung für 2021. Warum zum Henker 2021? Wir sind doch erstmal Anfang 2020. Aber ja, wir haben selber festgestellt, im Moment weiß ja kein Mensch, wie das Ding hier ausgeht und wir haben aufgehört, uns Gedanken darüber zu machen, für 2020 überhaupt irgendwas zu planen. Ich glaube 2020 wird mal wieder so ein Jahr werden, das spontanen Camping, einfach weil man gar nicht weiß, ist jetzt nach Ostern vorbei oder geht es bis Sommer, was ist bis im Sommer, wo kann man bis im, wie verhalten sich die ganzen Länder machen, die bis im Sommer wieder die ganzen Grenzen auf oder wie wird sich das alles, ja bis dorthin entwickeln. Und von dem her kann man eigentlich überhaupt nicht planen, nach jetzt, was weiß ich, Spanien, Frankreich, Kroatien, sonst wohin ans Meer zu fahren, weil man es schlichtweg nicht weiß. Von dem her denken wir, ist es glaube ich einfacher, man findet sich damit ab, dass 2020 ein spontanes Campingjahr wird. Und deshalb kann man ja auch hingehen und jetzt schon für 2021 planen, weil ich glaube nicht, dass es so lange gehen wird, also ich hoffe es mal nicht. Da kann man dann ja jetzt schon mal überlegen, wo könnte man denn 2021 hin und diese Gelegenheit jetzt quasi da zu nutzen, für 2021 einen Campingplatz zu reservieren. Und bekommt dort vielleicht sogar noch einen Platz für 2021, weil viele gehen ja hin, wenn sie dann auf dem Campingplatz in Kroatien sind, finden den toll und sagen sich, okay, hier gehen wir nächstes Jahr wieder hin. Und das ist ja meistens in den Sommerferien der Fall. Also wird im Sommer 2020 sozusagen für 2021 reserviert. Und wenn man aber jetzt schon hingeht und reserviert jetzt schon für 2021 sind prinzipiell, glaube ich, die Chancen größer, noch ein Plätzchen zu bekommen, wie wenn man das wieder aussitzt bis im Herbst 2020, wo sich dann doch wieder irgendwie alle entschieden haben oder wenn die Grenzen wieder auf sind, dann doch alle losgezogen sind. Also kann man das vielleicht sich auch so ein bisschen mal zu Gemüte führen. Wo könnte es denn 2021 hingehen und für 2020 einfach sagen, schauen wir mal, wie sich das Jahr entwickelt und dann fahren wir einfach spontan irgendwo hin und planen das dieses Jahr gar nicht so. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch, verlinke ich natürlich auch wieder im Blogbeitrag hier, passt jetzt hier natürlich, auch wenn die Campingsaison inoffiziellerweise von der Jahreszeit her angefangen hat, aber unsere Checkliste Auftakt zur Campingsaison, die passt hier natürlich wunderbar, weil da genau diese Punkte alle mit drin sind, wie Wassertank reinigen, Wasserleitungen reinigen etc. pp. Die ganzen Punkte haben wir da zusammengefasst in dieser Checkliste. Die kann man jetzt ja einfach mal in aller Ruhe durcharbeiten. Und falls es dann doch schneller vorbei ist, wie man vielleicht mancherorts meint, dann kann man ja direkt losfahren, weil der Wohnwagen das Wohnmobil optimal vorbereitet ist. Es ist alle Umbauten gemacht, alle Reparaturen gemacht, alle Wartungs- und Instandhaltungssachen sind auch gemacht. Also anhängen oder einsteigen und los. Ja, das war's für diese Folge. Ist ja nicht so einfach die Zeit im Moment. Auch thematisch natürlich nicht ganz so brickelnd. Deswegen einfach mal so ein bisschen, ja, die Sicht unserer Dinge, eben diese Sache hier jetzt einfach, diese Gelegenheit, das Stillstand, das so ein bisschen für sich zu nutzen. Und deswegen kann man ja trotzdem ein bisschen was für seinen Camper machen und kann sich dann schon mal, ja, vor lauter Vorfreude freuen darauf, wenn es dann endlich losgeht. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.